Nach einem starken Regen in Deutschland, besonders in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, stehen mehrere Teile Deutschlands unter Wasser. Die CDH Stephanus entschied mit freiwilligen Helfern der BFECG, den Menschen vor Ort zu helfen. Dort wurde schnell klar, dass viel Hilfe benötigt wird und die freiwilligen Helfer scheuten sich nicht und packten sofort mit an. Die CDH Stephanus organisierte auch Küchen vor Ort, um den Helfern und Bewohnern eine warme Mahlzeit zu bieten. Mit viel Kraft und Teamarbeit wurden die Dinge angepackt. Keller wurden ausgepumpt, die Häuser wurden von Inventar und Schlamm befreit. Die Jugendlichen sprachen durch Liedern den Betroffenen Mut und Kraft in Gottes Namen zu. die Menschen, 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 die Menschen. Untertitelung des ZDF, 2020